Hey, guten Tag! Herzlich Willkommen bei S-Pass Motorsport! Und tausend! Hallo Sebastian! Hallo! Wir machen heute mal die Havi-Camp! Jetzt gehen wir mal gucken, was der Guido hier arbeitet. Guido, der macht wieder nur Fratzen. Fühlst du ihn in mein Ohr oder was? Hier ist der Oliver. Jetzt gehen wir noch mal raus in die Werkstatt. Guido! Hi Guido! Ich bin dir so ein neue Kameramensch, Guni. Echt? Ja klar, Junge! Echt? Ah Junge! Was willst du tolles machen? Nein, ich wollte den Getriebe ausbauen. Mit Brenner oder was? Ja, da kommt Kobo dran. Wir kommen beim Workshop Wednesday und diesmal... Macht der Havi das Video? Macht der Havi das Video? Weil... Ahhhh! Baby! Was ist jetzt los? Ich bin der neue Kameramann. Das ist Spaß, Dicke! Ah, meine Kamera! Guck mal, da stehen Sie rechts immer liebevoll zu mir. Ja! Hi! Was geht ab bei dir, stehen Sie? Also... Ich hab ein bisschen in KDR gemacht. Warum bist du so in Zivil unterwegs? Was ist los bei dir? Ja, ich hab Urlaub. So sieht Urlaub bei SBS aus. Interessant! Ja! Krass! Also, eigentlich hat sich nichts geändert, ja. Nur die Klamotten hab ich geändert, ja. Okay. Du bist schwer im Hip-Hop-Style unterwegs, ne? Nee. Früher war das so, ja. Aber mittlerweile... Mittlerweile nicht mehr? Nee. Ich weiß noch nicht, wie man es rumt. Ich hab gerade erst den Grundleergang. Ja. Guck, da vorne ist der Spieß. Läuft da rum. Da ist seine Koni. Der Lapp Koni, da hinten ist seine Bärbel. Guck, der ist hier wieder irgendwas am Fummeln. Hier. Macht der so schön... So ein schönes Torbusch hier oben da oben rein. Das ist der Spießinador. Jetzt gehen wir nun mal hier rein. Guck, die sind wieder noch am Kacke labern. So, das läuft im Übrigen bei uns im Büro. Ja, ja, ja. Was denn Vorteil dafür ist? Die schlüssig aus, Junge. Ja, das kostet auch die Weidekälze. Ja, das ist dann die Flage entrohend. Ja, was willst du wissen, wie passiert, ne? Das Turbo-Umbau, ne? Das ist immer noch ein Turbo-Umbau, ja. Immer noch, weil da halt ne Vorbereitungswahn vom Season Opening dazwischen war und das Season Opening. Und schlafen. Und ne, nicht wirklich schlafen. Irgendwie nach dem Season Opening hab ich gedacht, ich hab ein bisschen Ruhe. Aber, ja, äh, ich hab Freizeit und die Freizeit hab ich auf jeden Fall nicht genutzt für Ruhe. Und auf jeden Fall per wraparnder. I'll stop. Auf geht's! Donate Lotper! Los Investors und die Spiegel Ops! 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 SUSCR Assassin Dimudiant Luc und die Spiegel Ops! över Spiegel Ops! Weltenativos investiert habe ich gleich mit. Immer liggen! Wir haben Kinder wieder in den groomingen morale. Er ist deinem in aesthetic. Übrigenschuss fürinnen lasst excited. Und wir sind im in Richtung Bali.